Ja, hallo, das Musikmagazin. Heute ist er mal wieder bei mir, der Aki Bosse ist da. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Freust du dich über den Schnee da draußen? Ich finde es, wie alle anderen, glaube ich auch ultra nervig. So langsam, aber mittlerweile reicht es mit Winter. Kraniche, dein neues Album, ist gerade erschienen. Du hast dich da in Istanbul inspirieren lassen. Die meisten Songs entstanden da, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Also ich war da drüben mit meiner Frau, die hat Geschauspieler, die ist Halbtürkin. Und wenn sie in guten Kinofilmen mitmacht, dann eben in der Türkei. Und da hat sie so eingedreht über so eine Ökoaktivistin. Und meine Tochter und ich haben dann viereinhalb Monate in Istanbul gelebt und sie begleitet. Und da habe ich dann Zeit gefunden und wieder Bock gekriegt und habe da, glaube ich, fünf oder sechs Songs fertig geschrieben. Was hat dich in Istanbul inspiriert für die Songs? Also ist das Lebensgefühl irgendwie ähnlich wie in Kreuzberg oder ist das irgendwie komplett anders? Ja, es ist irgendwie komplett anders und irgendwie auch nicht. Aber wenn man jetzt so denkt, Tokio oder New York oder Berlin sind Großstädte, dann finde ich, ist Istanbul auf jeden Fall noch wuseliger und noch mehr voller Adrenalin, kann man vielleicht sagen. Also ich hatte da so das Gefühl, dass da gerade irgendwie eine Menge im Umbruch ist und total viel entsteht und die Leute sind einfach vom Altersdurchschnitt ultra jung. Und wir haben eben direkt am Taxienplatz gewohnt, also da, wo wirklich Tag und Nacht einfach Millionen von Menschen über die Istikai laufen. Und ich hatte schon so in den ersten zwei Wochen so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich erstmal daran gewöhnen muss. Und als ich dann, als wir dann so wirklich angekommen waren, war es eben sehr inspirierend, wie ich fand und interessant und viel zu gucken, gute Kunstsachen gesehen, in guten Clubs gewesen. Und vor allen Dingen aber auch eine schöne Wohnung gehabt, wo man echt gut schreiben konnte. Und alles das war irgendwie so weit weg von Hamburg und von dem, was ich sonst so habe, dass ich das als total inspirierend empfunden habe. Soundtechnisch, finde ich, hast du dich ja wirklich irgendwie, wie soll man sagen, weiterentwickelt oder gewandelt. Also die Akustikgitarre tritt immer mehr in den Hintergrund so. Jetzt bei dem neuen Album hört man dann auch mal Akkordeon, was habe ich noch gehört? Klavier natürlich ganz stark im Vordergrund, alleine schon bei der ersten Single schönste Zeit. Dann habe ich was gelesen von einem Sass, was war das Sass-Instrument? Was ist das für ein... Naja, es gibt eben drei türkische Instrumente, Sass, Ud und die Kürbisgeige. Genau, und da habe ich eben, das war auch das erste Lied des Albums, war Istanbul, das habe ich eben auch direkt dort geschrieben. Und da treffen so türkische Folkloreinstrumente auf so ein paar Tanzgitarren. Und genau, ich glaube, das ist ein Indie-Pop-Song geworden mit türkischen Instrumenten, was ich so ganz abgefahren fand. Und ansonsten habe ich eben schon versucht, mich ein bisschen zu ändern. Manches passiert automatisch und vieles kann man sich natürlich auch über einen Telefonanruf irgendwie ändern. Also Martin Wenk zum Beispiel, ein super Trompeter, hat irgendwie so viele schöne Trompeten gespielt und die sind wichtiger geworden, als ich dachte, weil er eben einfach so gut spielt. Und ich finde schon, dass das Album so ein bisschen luftiger geworden ist. Und wir haben vor allen Dingen alles live aufgenommen, das heißt, es ist wenig am Rechner gearbeitet, weniger Synthies, außer so der alte Juno. Und ich glaube, das hat den Sound einfach auch so verändert. Also diese Oldschool-Instrumente, wie jetzt eben angesprochene Juno irgendwie, wie kommt man da drauf so als Musiker? Probiert man dann halt dies und jenes Mal aus? Ja, ja, also da habe ich mit Philipp, meinem Produzenten, haben wir eben super viel ausprobiert und am Ende war es aber immer der Juno, der gegen alle anderen Synthies irgendwie gewonnen hat. Und ich weiß nicht, ich finde es schon knarziger geworden, das Album. Das liegt wahrscheinlich auch am Juno. Und für mich ist es jetzt so im Nachhinein, wenn ich es so höre, es ist schon handgemachter als die anderen davor. Taxi war vielleicht noch so ähnlich, Wartesaal ist aber um einiges kälter, so von der Anmutung. Und das liegt, glaube ich, schon daran, dass wir da einfach mehr Synthies benutzt haben. Das liegt schon noch so ein bisschen weiter weg von einem. Und mir war diesmal so wichtig, dass jeder Song das bekommt, was er auch verdient. Und das war vor allen Dingen Wärme, fand ich dann am Ende. Und vor allem auch Abwechslung. Also es ist ja wirklich so, dass keiner dem Nächsten in irgendeiner Form gleicht oder irgendwie ähnelt. Also es ist irgendwie schon ganz spannend. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in das Video von Schönste Zeit rein, damit die Zuschauer mal einen kleinen Eindruck bekommen. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, und Berlin war wie New York, ein Meilenweit entfernt der Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Körke Beck starb, lagst du in meinen Arm. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, dein erstes Tattoo war dann der Refrain. It's better to burn out than to fade away my mind. Ja, schönste Zeit hier in Berlin gedreht. Wunderbares Video. Das Klavier da, wo war das denn hinten am Alexanderplatz, ne? Die Ecke. Karl Marx Allee, heißt das, glaube ich. Karl Marx Straße? Ich habe keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht, Straße, genau. Genau, direkt da. Aber 1994 und der Tod von Kurt Cobain und irgendwie die Freundin dann im Bett. Erinnerst du dich noch an solche Sachen oder ist das eher so Storytelling? Naja, dass vielleicht nicht so die ganzen Details stimmen. Ja, aber also der Tag, an dem man erfahren hat, wann Kurt Cobain gestorben ist, das haben glaube ich noch einige auf dem Schirm. Also es gibt ja, bei mir gibt es gar nicht so viele Tage, an denen man das genau weiß. Also wenn man jetzt so, es ist vielleicht sogar in meiner Generation vergleichbar mit dem 11. September oder so, da weiß auch immer jeder noch, wann er das dann so das erste Mal gesehen hat und wo er da war und wie er sich gefühlt hat. Und ich glaube schon, für die Leute, die so alt sind wie ich oder vielleicht auch ein bisschen älter und die wirklich Seattle- und Nirvana-Fans waren und so Crunch waren, für die war das ein absoluter Schock. Und ich weiß eben noch ganz genau, wie der Moment ablief und wie aber auch die Zeit davor und danach ablief. Aber im Song, die Lyrics, das ist dann schon ein bisschen erzählerische Freiheit. Also im Detail ist es jetzt nicht so, dass du wirklich mit der Freundin im Bett gelegen bist oder wie war die Stelle im Text? Ja, also der Song erzählt ja von der ganzen Zeit und von dieser Unbefangenheit, die man zu seiner Pubertät hatte. Und die Szene mit dem Bett ist ja, es war 1994 und wir wussten nicht wohin, also gingen wir in ein Bett. Das hat jetzt erstmal nicht so richtig viel mit dem Tod von Kurt Cobain zu tun. Aber das ist ja so eine Reise von so einem Jahr, die dieser Song macht. Und ich komme vom Dorf eben und man hatte ja wirklich nicht so richtig viel. Es gab eben echt wenig Läden und es gab noch nicht mal einen Plattenladen, es gab irgendwie einen Zigarettenautomaten mit vier Fächern. Und da war es total wichtig einfach, dass ich dann dieses Mädchen kennengelernt habe, die so weltoffen war, gerade was so Musik angeht und das da so mit in mein Leben gebracht hat. Und genau, darum geht der Song. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begabt, die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York, ein Meilen weit entfernt der Ort. Und deine Tränen waren kajal. Ja, und im April geht es auf die große Kraniche Tournee. Du hast da wunderbaren Support. Elif ist beispielsweise dabei, Tonbandgerät. Wen hast du denn noch ausgesucht? Herrenmagazin, Superband aus Hamburg. Jacques Bourougat aus Berlin. Das ist für mich eigentlich so meine Neuentdeckung der letzten zwei Jahre. Auf die freue ich mich eigentlich deshalb auch, weil das nochmal so eine andere Musik ist. Also bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das mit den Leuten so geht. Und Nerd. Nerd ist eine Band aus Bremen und aus Berlin. Und die kenne ich über Oliver Kolecki. Der hat mit denen so ein paar Sachen gemacht. Wie läuft das bei dir mit den Support Slots? Suchst du dir die selber aus? Müssen die sich bewerben? Oder wie funktioniert das? Genau, also alles das. Ich kriege super viel Post und CDs geliefert. Manchmal MP3, so nette Mails. Alles das höre ich. Und am Ende entscheide ich eigentlich immer, ja, also wirklich nach meinem Geschmack. Und wo ich auch so denke, was so funktionieren könnte und was sich auch wirklich für die Bands lohnt. Und ich habe eben selber mein ganzes Leben lang auch als Support Künstler gespielt. Und deswegen ist es mir auch umso wichtiger, weil mir das eben auch immer eine Menge gebracht hat und ich es immer vor allen Dingen gut fand, wenn man auch als Support gut behandelt wurde. Und ich sage die Bands an und wir versuchen uns schon so gut es geht zu kümmern. Und deine eigene Band ist jetzt natürlich auch ein bisschen aufgestockt. Trompete, Juno, Sass ist dabei. Wie viele Leute hast du denn zusammen auf der Bühne und wie laufen die Proben? Wir sind jetzt sieben. Geprobt haben wir erst einmal, aber auch nur zu fünft. Und wir fangen jetzt so langsam an. Und genau, also wir haben eine neue Sängerin dabei, die heißt Valentina, die spielt Juno dazu noch. Und dann haben wir eben Martin Wenck von Nala Surf und Kalexico, der irgendwie Trompete spielt, aber auch Sass spielt und Gitarren spielt und so weiter. Von der Größe der Hallen her bist du zufrieden, dass du nicht irgendwie so ganz groß, weil ganz viele Konzerte sind schon ausverkauft und bei uns kam auf Facebook vorhin schon der Vorschlag irgendwie doch hoch zu verlegen. Aber muss ja nicht sein, unbedingt in der O2 World zu spielen, oder? Du meinst, es in Berlin hoch zu verlegen? Ja, ja, genau. Also die Kolumbiahalle ist mehr als ausreichend. Diese Arena zum Beispiel, da bin ich irgendwie, da bin ich überfragt, ob da überhaupt jemals jemand mal spielen sollte. Also so richtig ein gutes Konzert habe ich da noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, die haben das irgendwie ein bisschen anders gemacht oder so. Hast du mal eins gesehen? In der Arena war ich schon lange nicht, weil das Letzte, was ich gesehen habe, war glaube ich Oasis und das fand ich ganz schrecklich vom Sound her, dass ich da irgendwie nie wieder hingehen werde. Ich glaube, ich habe Gentleman mal da gesehen und das hat sich auch total verlaufen, obwohl das ein schönes Konzert war, war es einfach irgendwie, ist da auch der Funk über mir nicht übergesprungen. Und die Kolumbiahalle ist eben, für meine Verhältnisse sind 3.800 Leute auch erstmal schon mal total tierisch und dann vielleicht am nächsten Jahr nochmal spielen, also zweimal dann, wenn dann eben noch mehr Leute hinwollen. Aber ansonsten, was gibt es denn noch? Die O2, weiß ich noch nicht. Max Schmelinghalle, Velodrom, das waren sie, glaube ich. Aber im Zweifel lieber zweimal in kleineren Venues und Spaß haben, als irgendwie so eine Riesenhalle. Sehr gut, dann sage ich lieben Dank, dass du wieder da warst. Aber Set werden wir gleich noch sehen, beziehungsweise das kriegen natürlich die Zuschauer draußen an den Fernsehbildschirmen nur online zu sehen, bei uns auf der Homepage nagelneu www.jagerlu.com. Da gibt es auch die Bosse-Videos zu sehen, also schaut mal drauf. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.